Ja hallo Leute und damit willkommen zu einem weiteren Video. Heute möchte ich euch mal zeigen wie ihr einen Triple Jump mit nur einem Command Block bekommen könnt. Ja als erstes brauchen wir einen Command Block, den bekommen wir mit Slash GIF unserem Username unter dem Command Block. Ja mit rechtsklick platzieren und mit schon im V hier den Command einfügen. Ein Redstone Block daneben, ich sagte daneben, daneben. Und schon haben wir hier diese Clock. Ja und wenn wir hier jetzt mal rauf gehen, habe ich hier einen kleinen Parcours. Ja und wenn wir sprinten, dann springen, haben wir hier einen Triple Jump. Keine Ahnung warum es hier jetzt gerade geleckt hat. Ja ihr seht das geht auch im Game of Null. Und wenn ihr jetzt nochmal einen machen wollt, müsst ihr den Score resetten. Ihr seht ja an der Seite diesen Air Score, der ist jetzt auf 43. Wir werfen einfach ein Item raus, sammeln es wieder ein und dann kann es wieder von vorne losgehen. Und ja irgendwie lagts an der Stelle, ich kann es euch so am besten nochmal zeigen. Item werfen, wieder einsammeln, weil sonst wird er dauerhaft resettet. Ja 1, 2 und 3. Ich glaube das liegt daran, dass ich manchmal an der Mauer dahin bleibe. Ja aber ihr könnt erstmal zwei Blöcke hoch und dann drei Blöcke hochkommen. Ja wieder resetten und wieder einsammeln. Das eignet sich halt für eine Adventure Map ganz gut. Ich gehe jetzt mal schnell in den Game Mode 1 wieder. Und zwar wenn wir jetzt hier noch, wenn ihr das für eine Adventure Map nutzen wollt, einfach ein Command dran packen mit Slash Kill Add E vom Typ Item. Ja das packt ihr noch da dran. Den Command schreibe ich noch normal in die Videobeschreibung. Der andere ist über einen Link zu erreichen. Ja und jetzt, ja mein Score wird halt immer gezählt, wenn ich in der Luft bin. Wenn ich jetzt einfach ein Item rauswerfe, wird er resettet und das Item ist weg. Man kann dann noch machen, dass man es zurückbekommt, aber das soll dann erstmal das sein. Sagen wir, wir haben halt ein Stack hiervon jetzt. Als Survival-Spieler und wir haben 64, ja Triple Jumps sozusagen. 1, 2, 3. Ja und dann können wir ihn wieder wegwerfen. Ja und das können wir so oft machen, den Score resetten bis wir keine Items mehr haben. Ja ich hoffe es hat euch gefallen. Like, Abo, wie ihr wollt. Und noch nicht bis zum nächsten Mal. Und zwar möchte ich euch noch sagen, dass jetzt immer Videos kommen, wenn ich Zeit und Lust dazu habe. Nicht, dass ich keinen Bock mehr auf YouTube habe, aber in letzter Zeit habe ich nicht so die Zeit dafür gefunden irgendwie. Ja und deswegen wollte ich euch sagen, dass jetzt immer Videos kommen, wenn ich Zeit und Lust dafür habe. Ja aber jetzt, like, Abo, wie ihr wollt und bis zum nächsten Mal.